Am 26. August 2022 veröffentlicht Cape Light Pictures den Van Damme Klassiker in Anführungsstrichen mit Stehlerner Faust aus dem Jahre 1990 mit einer Lauflänge von ca. 89 Minuten und einer Freigabe ab 16 Jahren in einem 2-Disc Media Book. Was dieses Media Book zu bieten hat, das gucken wir uns gleich an zuvor. Jedoch worum geht es eigentlich mit Stehlerner Faust? Undercover Cop, Berg steht vor der schwersten Aufgabe seiner Karriere. Um eine Reihe mysteriöser Häftlingsmorde aufzuklären, wird er in den Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses eingeschleust. Getarnt als Schwerverbrecher versucht er in einem Netz aus Korruption und Gewalt Licht in die dunklen Machenschaften seiner Mitinsassen zu bringen. Als er einem skrupellosen Verbrecherring auf die Spur kommt, wird das Pflaster zu heiß und Berg muss sich auf eine waghalsige Flucht begeben. Doch nicht nur Horden von schwerstkriminellen Häftlingen stellen sich ihm in den Weg. Auch der eiskalte Serienkiller The Sandman hat noch eine Rechnung mit Berg offen. Starten wir mit dem technischen Datenblatt. Typisch haben wir hier eine Überschrift und darunter eine Inhaltsangabe. Außerdem haben wir selbstverständlich ein paar Szenenfotos aus dem Film. Des Weiteren haben wir hier den Hinweis exklusives, extra, brandneues Interview mit Cynthia Gibb. Darunter haben wir noch das bekannte Bonusmaterial, das hier mit am Start ist. Hier nochmal schön einzeln aufgelistet. Unterhalb der Credits haben wir dann auch noch die technischen Daten dieser Blu-ray Disc. Zum einen haben wir eine PCM 2.0 Stereotonspur auf Deutsch und auf Englisch und die anderen Angaben könnt ihr hier ja ganz einfach entnehmen. Oder ihr guckt in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch den Artikel nochmal und ihr findet alles nochmal detailliert aufgelistet. Soviel einmal dazu. Auf der Rückseite haben wir dann hier das Portfolio nochmal von Cape Light Pictures, die Mediabooks und eben der bald veröffentlichte Horrorstreifen X, auf den ich selbst auch schon sehr gespannt bin. Dann starten wir mit dem Mediabook. Ich hebe das mal ein bisschen höher und wir haben hier ein mattes Mediabook mit so einer rauen Beschichtung. Dieser raue Karton, den kennen wir auch schon von der einen oder anderen Veröffentlichung von Cape Light Pictures. Und das Bild ist jetzt nicht das Allerschärfste, das muss man auch zugeben. Es gibt aber wahrscheinlich das Ausgangsmaterial, aber nicht viel mehr her. Am Rand habe ich gedacht, oh, das ist aber schlecht ausgeschnitten, ist es aber nicht. Ich habe nochmal die Bilder verglichen. Das sind die Haare von Jean-Claude Van Damme, die hier angeleuchtet werden und nicht irgendwelche weißen Reste, die man vergessen hat beim Ausschneiden oder so mit Photoshop. Also das gehört dazu, ist auch auf allen anderen Abbildungen, Covern so zu sehen. Ist ein raues Mediabook. Ja, ich hätte mir vielleicht hier so eine glattere Beschichtung gewünscht, muss ich sagen. Wo das Ganze ein bisschen besser rüberkommt, wie bei Phantom der Oper, vielleicht mit so einer kleinen Veredelung hier am Titel. Ist ja auch ein älterer Film jetzt und da hätte das bei Stehle in der Faust auch gepasst. Man hat sich jetzt dafür entschieden. Ihr wisst jetzt, wie das Ganze ausschaut und worauf ihr euch da einleist und was euch hier erwartet. Und könnt somit entscheiden, ob das jetzt für euch was ist oder nicht. Der Film ist definitiv ein Must-Have für alle Van Damme-Fans. Das ist klar, ob es unbedingt das Mediabook sein muss. Das könnt ihr dann hoffentlich am Ende meines Unboxings hier und der Präsentation für euch selbst entscheiden. Auf der Rückseite haben wir auch ein schönes Backmotiv. Schön groß. Kaum irgendwelche Credits oder so drauf. Aber auch da muss man sagen, es ist nicht wirklich scharf. Und ich habe jetzt gerade auf der Online-Seite hier noch nachgeguckt bei Cape Light Pictures, wo die einzelnen Szenen auch online gestellt wurden. Diese Pressefotos und so in höchster Auflösung. Aber auch da gibt es Material halt nicht einfach her. Du kannst dir halt jetzt auch nichts Tolles herzaubern. Und bevor man es irgendwie totfiltert oder versucht zu verschlimmbessern, dann nimmt man es so original, wie es ist und gut ist. Ja, also soviel einmal dazu. Ansonsten qualitättypisch ist alles hier wunderbar. Alles sauber bis ins letzte Eck. Und ihr wisst es, die sind auch super stabil hier. Diese Mediabooks von Cape Light Pictures. Da verschiebt sich auch nichts Großartiges. Also das passt auf jeden Fall wieder. Dann schlagen wir das Ganze mal auf. Da bin ich auch gespannt auf das Innenleben. Ich muss das Ganze ein bisschen so höher halten und gucken, ob dieses Motiv jetzt dann wieder übernommen wird von der Disc. Ich gehe mal schwer davon aus. Jawohl, wunderbar. Wir haben hier ein tolles Motiv. Dann den Titel nochmal mit Stehle in der Faust. Die Verarbeitung ist wie immer top. Das Booklet ist reingetaggert. Sauberste Lösung. Wisst ihr, das passt. Ist nicht die edelste, aber für mich die sauberste Lösung. Und schaut doch auch ganz gut aus, als wenn da irgendwelche Klebereste oder Franzen vom Faden rausgucken. Schauen wir uns mal die Gestaltung des Mediabooks an. Und da muss ich sagen, das wirkt hier jetzt da schon viel schärfer. Das kannst du mal ein bisschen vergleichen. Ja. Aber kann auch sein, weil das ein bisschen größer gezogen ist. Und das ist ja das normal bekannte Plakat. Da darfst du wahrscheinlich dann auch nur das benutzen. Und nicht großartig dran rumbasteln. Das kennt man ja auch, die Auflagen von großen Major-Labels, die dann sagen, ja, könnt ihr veröffentlichen, aber nur so wie wir das haben wollen. Ist halt immer so eine Sache. Wir haben hier unten noch die Seitenanzahl. Schön mit drauf. Es wechselt sich wieder ab. Eine Seite Porträt, dann eine Seite Text. Dann haben wir eine Doppelseite-Bilder. Hier dann auch wieder ein bisschen anders gestaltet. Das geht so dreiviertelmäßig rüber, über die zwei Doppelseiten. Das passt, das kennen wir von Cape Light Pictures. Das sieht immer schlicht, aber doch irgendwie edel aus und hebt sich immer auch vom Rest ab, wie das Ganze immer hier mit eingebunden wird, mit Text- und Bildanteilen. Hier haben wir schönes doppelseitiges Fotos. Aber auch das hat jetzt irgendwie hier so dieselbe Qualität wie die anderen beiden Bilder. Ist halt mal so. Aber ist ja auch ein rauer, körniger, harter Film für echte Männer. Sternchen hin. Nein, Spaß. Machen wir weiter. Hier mit dem Media Book sind bei Seite 16. Hier haben wir wieder eine Doppelseite. Also es hält sich eigentlich ganz gut in der Waage. Bei Seite 21 geht es dann noch um Buch und Regie. In der Luft haben wir dann hier hinten noch. Heute, wo jeder ein Franchise ist oder jeder Film ein Franchise ist, gnadenlos, zielgruppenorientiert, am besten noch mit einer Fernsehserie, einer Comic-Reihe oder einem Videospiel verknüpft und somit haargenau in einer vorausgewählten Schublade passt. Besticht mit Stehler in der Faust als für sich stehender Action-Thriller und als klassisches Martial-Arts-Kino wie aus einer anderen Zeit. Und genau so ist es. Damals hatte man noch nicht irgendwie eine Liste, was da alles dabei sein muss und wer und was alles auftreten muss, das man da abhackt, bevor man überhaupt in die Produktion geht. Straight in your face. Coole Action, coole Sprüche haben wir hier. Alles, was das Action-Film-Fanherz begehrt. 90er Jahre waren hier auch noch eine glorreiche Zeit, was diese Filme betrifft. Natürlich, ja, absolut sinnbefreite ein oder andere Filme, aber ich mag die Filme aus den 90ern und 80ern sowieso, die Action-Filme. Jetzt habe ich hier die DVD rausgenommen. So schaut das Ganze aus. Hier wird das Motiv wieder übernommen. Und dann sind wir durch. Also, wie gesagt, ab 26. August verfügbar im Mediabook und auf DVD. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine Freunde. Und Servus. Ich bedanke mich fürs Zusehen.